Lass mich raten, auch da unten? Gibt es das auch da ganz unten wo wir gerade sind? Ja ne? Wahrscheinlich. Geh nochmal auf Diebtauchkurs. Let's schwimmen noch mal da runter. Aber ich glaube die Seebahn die kann ich hier lassen oder? Da gibt es so viele Sauerstoffteile. Wir sind ja nicht mehr so empfindlich. Let's go. Okay, noch nichts. Schade. Schau mal das gibt es hier unten. Bis jetzt habe ich das immer beim Titan itself gefunden. Äh bei Diamanten. Nein, da sind wir wieder die Sekunde schon. Wollte ich nicht belästigen, es tut mir leid. Kann auch nichts führen. Ja hier gibt's Lithium. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber zuerst kümmern wir uns mal um unsere Lunge. Ein paar Kippen rauchen und ein bisschen Sauerstoff reinpfeifen. Geil Mann. So Lithium. Diamanten nehme ich natürlich auch mit. Ach da. Geil Mann. Nächste hier vorne irgendwo. Da. Ich kann es sehen. In deinen Augen. Ja, ich bin immer wieder richtig angespannt hier unten, Mann. Aber es geht, ne. Es geht. Ich habe jetzt nicht so krasse Angst. Es war schon mal schlimmer bei mir. Ja, ich bin hier richtig fett am Diamanten. Farm. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Was soll das denn sein? Ach da. Schau mal, ich finde hier noch ein paar, äh, paar, paar, paar Seemotenteile. Seemot ist auch schön. Die Suche läuft. Guck mal, hier ist ja genau... Ich glaube, hier gibt es auch noch was. Sauerstoff wird langsam ein bisschen eng. Nein, wo bin ich denn hier? Jetzt sind wir Sauerstoffpflanzen. Ich sehe hier keine Sauerstoffpflanzen, Leute. Ach du Scheiße. Kein Bock. Das ist noch so ein Frachtteil. Hey, wieso sind wir hier die ganze Zeit Sauerstoffpflanzen und wenn ich welche brauche, finde ich keine mehr. Teichspiel. Guck mal, Sauerstoff. Okay, ich gehe nach oben. Hier ist in der Regel genug. Da ist auch noch eine. Gefrachtabteil hatten wir ja schon. Da vorne gab es noch ein Abteil. Da gehe ich jetzt auch noch mal hin. Wir wissen, was das ist. Wo war das jetzt? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Ich hab's verloren, ne? Ich hab's verloren, ne? Ja, ich hab's verloren. Scheiße, Mann. Ekelhaft, Mann. Ekelhaft, Mann. Ekelhaft. Einfach nur alles hier. Einfach nur alles ekelhaft. Das ist wie so eine Pflanze. Einfach nur alles ekelhaft. Ist ja direkt hier. Stimmt, wahr? Da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er ja. Da ist er ja. Oh, cool. Da geht's wieder was zum Scannen. Drahtabteil. Scheiße, braucht kein Mensch. Da bin ich. Oh Gott. Oh, mir schreck ich an der Richtung von meinen eigenen Flossen. Ob wir das mal jemand sagen? Wie viel Lithium habe ich? 1, 2, 3, 4. Reicht. Gut. Hoch. Haha. Mehr muss es ja jetzt nun wirklich nicht sein. Wir wollen nicht übertreiben am Anfang, ne? Nehme ich noch mit. Hey. Oh ja. Das Vieh lebt ja immer noch. Wo muss ich hin, Leute? Ich habe immer in panischen Momenten verliere ich schon komplett die Orientation. Verlorene Seewand da. Warnung. 30 seconds of oxygen remaining. Egal, ich gehe ein bisschen direkt ganz hoch. Ich habe gerade panische Momente und bin geacht. Scheiße. So, das Signal. Das beschissene Kackspiel. Warum spielen wir das? Haha. Und wieder einen Moment überlebt. Wieder einen Moment überlebt. Oh, King of the Toast, probiert es nochmal. Schaffst es? Schaffst du es? Ne, Gandalf. Schaffst du es? Oh. Dieses Spiel ist schon krass. Okay. Ich brauche Fahrstallbahn. Da sind sie. Ne, Plaststall. So, Plaststall in coming, Leute. Geil. Haben wir. Und endlich haben wir es. Congratulations. Wir gehen das jetzt hier rein, ne? Da reinpacken. Und zack. Wir kommen jetzt auf mehr Tiefe. Wir können jetzt 300 Meter tief. Das ist sehr geil. Das ist ziemlich sexy. Oh. Strömung. Sorry. Ich kann fahren. War einfach nur die Strömung. Das ist ganz geil, wenn wir die Batterien aufladen könnten, ne? So. So. Lass mich mal gucken. Hier den Frachtraum, den können wir jetzt machen. Da brauchen wir nochmal einen Plaststallbahn, drei Blei und... Oh. Das können wir doch, äh... Das ist machbar. Was soll das jetzt? Ein normaler Kabelsatz, ne? Kabelsatz, ja. Ein normaler Kabelsatz. Das ist doch machbar. Machen wir das jetzt noch mit, weißt du? Dann haben wir da direkt für unterwegs noch ein kleines Lager hinten dran. Gucken, ob ich das überhaupt machen kann. Aber ich denke mal, ja. Energie ist schon wieder leer. Kann es eigentlich sein, dass wir jetzt mehr verbrauchen? Zwei, drei. Ne, hab ich schon. So, da ist der... Das Stahlbarren. Ich glaube, wir haben aber schon wieder kein Silber für die Scheiße. Ich hab ein Silber. Ich hab schon wieder nur ein Silber, Mann. Ärgerlich. Fangen wir mal die Diamanten hier rein. Oh, Mann. Äh... Silber, 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 Silber. Merke ich mir eh nie. Kalkstein war es nicht. Silber, Erz, hier... Gallen, irgendwas. Das war es, ja. Das war Silber. Jetzt hab ich natürlich die Seebahn irgendwo um nirgendwo geparkt. Ja, ich scheine mich zu nähern. Was da? Na da, ne? Sehr schön. Es kam direkt Silber raus. Soll ich direkt noch mehr sammeln? Sehr schön. Komm, am besten noch eins. Weißt du? Dann haben wir eine gerade Zahl. Wir haben noch mehr von der Energiescheiße. Brauchen wir? Ich weiß nicht, ich nehm mit. Ich nehm einfach mit. Was wir haben, haben wir. So, hier gibt's nochmal wieder. Ah, da ist er, glaub ich schon. Sehr cool, Mann. Sehr cool, Mann. Very cool. Schau mal, in dem Teil gibt's auch wieder ne Wasseraufbereitung. Weil die fand ich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir konnten im letzten Teil relativ early schon Sachen anbauen. Aber ich find hier gar keine Pflanzen, die wir essen können. Ich glaub ich muss nochmal an Land gehen, ne? Da gab's glaub ich Pflanzen, die man essen konnte. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaub das war irgendwie so. So, ich bin hier, weil Kabelsatz. Und drei Blei. Eins, zwei, drei Blei. Okay, cool. Okay, cool. Und drei Blei. Was geht's? Jeder macht was. Ich bin schon mal bei mir als Nachbar. Ich bin schon mal dabei. Uff. Ich bin schon mal. Nein. Ich bin jetzt mal bei mir. Affiliate Fertifelung aus. Ich bin schon mal dafür. Ich bin schon mal so ruhig. Ich bin fast. Ich bin schon mal dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, cool, jetzt kommen wir zum Schiff. Boah, sehr gut. Zweimal denselben Fisch. So, warte mal, ich glaube genau hier von die Batterie, die ist schon relativ ausgelutscht. Wieder ausgetauscht. Dann Ressourcen. So. So, wir haben noch einmal trinken dabei und wir haben noch einen gekochten Fisch dabei. Ich denke mal, wir sind jetzt bereit. Auf zum Schiff. So, 99%. Ah, Svenja. Muss ich nochmal gucken, es war da bei letzte, genau, letzte bekannte Positionen von Piloten. Haben wir nicht sonst noch irgendwas? Das hier ist ja Quatsch, ne? Die haben wir, glaube ich, selber aus Versehen platziert. Die haben wir, glaube ich, selber platziert. Sonst haben wir ja bloß die Artefakte aktuell. Wobei ich noch nicht weiß, wie wir an die Artefakte rankommen. Ich habe es halt gerade probiert. Wir waren 150 Meter entfernt vom Artefakt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Komm mal, wir finden die Schiffe jetzt wieder. Das würde mir persönlich mal viel bedeuten. Gibt es ja eigentlich auch so ein Greifer an, du? So. Oh, nee. Lieber hinten aussteigen, du. Lieber hinten aussteigen. Ich muss halt schon wieder looten, Leute. Ah. Ich muss immer zu looten. Es ist wie eine Krankheit. Ich muss immer zu looten. Es ist einfach eine Krankheit. Ja, wer nicht richtig lootet, der ist auch kein guter Spieler. Hauptsache, jetzt war es so toll. Ich bin gerade am überlegen, ne? Was sagt in unserem Inventar? Ich bin nämlich gerade am überlegen. Wir haben hier... Wir haben hier nämlich schon extremst viel, was wir mitnehmen können, ne? Ich habe ja einfach so viele Ressourcen hier, äh, mit drin, ne? For free. Ich glaube, ich renne hier mal kurz durch und baue hier mal alles ab. Gleich finde ich ja dann tatsächlich sogar noch irgendeinen Gang, den ich nicht entdeckt habe oder so. Jetzt muss ich das erst mal wiederfinden, da die kleine Höhle unterirdisch. Ah, ist viel angenehmer als... Warte mal, konnte man nicht Schnee mitnehmen? Aber Schnee ist, glaube ich, bloß zum Spaß da, ne? Ja, da gibt es halt extrem geilen Shit überall. Also Schwefel. Das meine ich mit geilen Shit. Guck mal, Kupfer, Titan, Schwefel. Was willst du mir hier essen? Kann man die eigentlich anpflanzen? Das wäre eigentlich auch geil, wenn man die anpflanzen kann, ne? So, ich nehme mal noch eine mit. So. Alter, die liegen ja überall rum. Haben wir die alle letztens mitgenommen? Aus dem Inventar wahrscheinlich zu voll, ne? Guck mal hier eigentlich was von neben, ne? Ich bin sogar der Meinung, dass wir unterhalb Gold hatten. Ich glaube, hier gab es unterhalb noch Gold. Aber wo ging es denn die Höhle runter? Hier, oder? Hier geht ne... Ne, hier sind wir doch gerade schon lange laufen. Scheiße. Glaub ich verirre mich. Maybe. Hier hoch. Hier war ja irgendwo noch so ein Artefakt, ich weißt du. Auf dem Weg zu dem Artefakt runter. Da war doch voll der geile Shit. Das sind Pinguine. Pinguinis. Müssen wir auch noch gucken, ne? Wir haben ja einen Pinguin gefangen genommen. Mehrere. Hier ging es ja hoch zu der Station, da haben wir alles. Wir hatten ja mehrere Pinguinis festgenommen gehabt. Müssten wir rein in der Theorie, die ja auch irgendwann mal ins Aquarium packen. Aquariumraum haben wir ja schon. Ich will gar nicht nach oben laufen. Mach die von ganz von...